Hey da draußen, hier ist euer Strong von Strong & Flex TV und heute zeige ich euch eine ganz kleine Übung für eure Achillessehne Wade, um da ein bisschen mehr Spiel zu bekommen. Okay, also es geht um die Achillessehne. Das ist die stärkste Szene, die wir im Körper haben. Die hält bis zu einer Tonne Last aus. Das ist schon mal richtig ordentlich im Vergleich zu so einem Kreuzband. Das hält so ungefähr um die 200 Kilo aus. Also es ist nochmal ein riesen Unterschied, was das für eine feste Struktur hier sein kann. Und da sind wir dann auch schon beim Problem. Die kann halt auch sehr, sehr fest sein und bräuchte eigentlich oftmals ein bisschen Elastizität. Das passiert bei vielen oder viele stoßen auf das Problem, wenn sie anfangen barfuß zu laufen oder in der Kniebeuge die Dorsalfliktion hier verbessern wollen. Damit das Knie weiter nach vorne über die Zehenspitze kommen kann. Und da ist oftmals dann nicht so viel Spiel zu holen. Da wäre jetzt einfach meine Empfehlung. Wir gehen da in so eine kleine Stretchposition und halten die auch etwas länger, um einfach diese Struktur länger im Stretch zu halten, ein bisschen mehr aufzumachen. Später auch ruhig mit ein bisschen Gewicht ranzugehen. Und das dauert. Also diese Struktur ist fest und gibt auch nicht so schnell nach. Das heißt, die Übung nicht nur einmal machen, sondern wirklich auch öfters. Und das kann auch bis zum Jahr dauern, bis sich so eine Achillessehne von der Struktur her einfach auch so ein bisschen anpasst. Also das geht nicht von heute auf morgen. Wir gehen dazu in so einen erweiterten Fisherman Squat, also das Bein hier, das nehme ich einfach mit dem Fuß flach, nicht aufgestellt, nach hinten weg. Ich mache hier so einen kleinen Schritt mit dem Fuß nach vorne. Ich will jetzt quasi die linke Achillessehne ein bisschen bearbeiten. Und jetzt gehe ich mit meinem Gewicht auf das Bein drauf und lehne mich nach vorne und gehe sogar so ein bisschen mit der Ferse vom Boden weg. Also ich habe hier ein bisschen Last, nehme die Arme nach vorne weg, dass ich einfach noch mehr Last hier auf die Struktur kriege. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich muss warten. Und ich muss hier warten und ich muss hier warten. Das heißt, ich will meinen Stretch nachher hier reinkriegen. Es gibt auch viele, die vorne in die Begrenzung und im Sprunggelenk stoßen. Das ist so ein kleiner Nachteil, dass du das Gelenk hier ein bisschen komprimierst, was sich für den einen oder anderen halt nicht so toll anfühlt. Aber ich muss es in dem Fall machen, um an die Achillessehne vernünftig ranzukommen. Also hier würde ich auf jeden Fall zwei Minuten bleiben. Ferse immer leicht erhöht, bloß nicht zu weit gehen. Hier ist nicht im Prinzip viel Hilfe, sondern ein Zentimeter reicht uns schon komplett, um hier vernünftig in den Stretch reinzukommen. Und später kannst du das Ganze natürlich auch noch mit Gewicht ein bisschen laden, wenn du hier ein bisschen erfahrener bist in der Position. Also nicht von Anfang an gleich die 20 Kilo hier drauf laden. Wenn du zwei Minuten hier drin bleibst, wirst du relativ schnell merken, wie es hier dann die Struktur doch auf Spannung bringt. Zwei Minuten habe ich schon gesagt. Ich würde so ungefähr drei bis fünf Sätze hiervon einbauen. Und dann ist halt auch noch das Entscheidende, dass ich diesen Weg, den ich hier hoffentlich generiere, auch irgendwann aktiv nutze. Also mach deine Kniebeuge. Wir haben eine ganz tolle Übung, den Pike Stretch neulich gezeigt. Das ist eine tolle Stretchübung an der Wand. Die verlinken wir einfach nochmal im Beschreibungsfeld. Die passt da auch nochmal sehr gut mit dazu, um über die Körperrückseite einfach noch ein bisschen mehr aufzumachen. Und ganz wichtig, ihr könnt nicht nur das Ganze aufstretchen, ihr müsst es nachher auch benutzen. Also mach deine Kniebeugen. Versuch die Range in deinem Sprunggelenk wirklich aktiv zu verbessern, indem du dann auch dementsprechende Übungen mit einarbeitest. Damit wir jetzt nicht nur aufziehen und danach dem Körper sagen, okay, gut ist, du hast es überstanden. Sondern, dass wir diese Strukturen auch daran erinnern, dass ich diese Endranges, die ich da mir erarbeite, auch weiterhin habe. Okay, dann hoffe ich, die Übung hilft dir weiter und sie gefällt dir. Wenn dem so ist, bitte einen Daumen nach oben dalassen. Abonnieren es, falls du es nicht getan hast. Hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Hier drüben gibt es zwei unserer letzten Videos. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.